Holzoptikfliese geht auch in günstig. Für alle mit schmalem Budget, die trotzdem gerne eine Holzfliese haben möchten, haben wir die Serie Avila im Programm. Diese gibt es in drei Farben und hat das Format 30x60. Das hier ist die Farbe Hellgrau. Untertitelung des ZDF, 2020 Ihr wollt wissen, wie diese Holzoptikfliese im Original aussieht? Dann bestellt euch einfach ein Muster in unserem Shop und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren für weitere Infos rund um die Fliese. Bis zum nächsten Mal.